Ja, Mahlzeit, Professor. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir sind hier im Norden der Karibikinsel Curaçao. Und hier ist die Grotte Pistel. Also das ist so ein Ding, so ein Hole. Und da wird er so rausgeschossen. Deswegen heißt das Pistel. Und es ist nicht schlecht, es knallt immer ganz gut. Und vor allem spritzt auch das Wasser richtig schön hoch. Ich glaube, das wäre genau dein Ding, Professor. Weil du würdest hier auch mindestens drei bis vier Minuten wahrscheinlich verweilen, bis du ein gutes Foto für Instagram gemacht hättest. Auf jeden Fall ist das ziemlich spektakulär. Und praktischerweise fängt jetzt gerade, als ich angefangen habe zu reden, es fing gerade an, dass keine spektakuläre Welle mehr kam. Aber ich habe jetzt keine Lust, das Video nochmal zu machen. Deswegen freue ich mich auf die nächste Welle, die da hinten ankommt. Und die ist tatsächlich auch echt ziemlich gut. Und da wird es jetzt vielleicht rausschießen. Habt ihr schon den ersten gesehen? Das war der Vorbote. Jetzt kommt der nächste. Auch nochmal ein ganz guter Schuss. Also, das ist hier die Grotte Pistel im Norden von Curaçao. Ich weiß, du hast darauf gewartet. Vielen Dank und bis bald.